da sind wir wieder bei Super Mario 3D 3D Schloss World und jetzt geht's in die nächste Welt was ist das nun what the fuck that's Bowser it's Bowser lots of level Bowser auf den Stoffen fuck mein ich hab doch ein extra item warum hab ich das nicht angewendet naja muss man das machen wenn die alle bang bang so aber dann nix von bekommen na klasse ich hab da so ne Augen an die Seite da oben sind wir heute stehen spät hier ist Katzenzut nee was wie nein so so jetzt kommen wir klar so 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 boah das war kein Fact Da. Nochmal. Easy. Ich will das eigentlich behalten. Ja! Ja! Boah. Last second. I love this thing. Nein, jetzt bringt mein One-Up und der letzte. Der letzte da, der letzte Stern und dann... Hm, nicht besser. Hey. Dann, wuuh! Dann, und ich hab' von mir ist wohl grade eben eingefallen, der hat vergessen, ab beim Render das 1 reinzuschneiden, die Szenen, nur dass die Tvicher nochmal wegen Klauen wurden. Aber naja, dann rennen muss ich halt nochmal rennen, obwohl ich überhaupt keinen Bock drauf habe, aber was soll's. Oplassi, Dünen Rallye, oder was? Dünen Rallye, ja geil. Ah, jetzt macht Mario mal den Handy rein. Ja, hallo. Das ist so lustig. Ich mach Bock Club, ich mag die Musik, ich mach die Musik. Ich hab diesen Stern gegatet. Ich hab diesen Stern, ich hab diesen Stern. Wohooo! Äh? Weil du siehst da auch nicht mehr. Also so blöde bin ich nur noch nicht. Hier muss doch auch wieder der letzte grüne Stern sein. Und die andere Frage ist, ob ob jeder das probiert. Na ja, nur gut. Und das ist noch hier. Und das ist noch hier. Na ja auch mal. hier ist denn zu tut tut sie ist Geuses... ... und... ... und... ... und... ... Keksa! Keksa! ... die Katzen einbleiben halt dann mein Mordor die Katzen einbleiben ich gehe mal lieber wieder zurück ich denke mal ich könnte mit dem Fliegen so you know über alle Berge fliegen wie die Jürgen die Jürgen die Jürgen hyper das ist nicht cool oh gott cool Berscheid cool cool nothing uncrushed okay sehr interessant zu wissen das sei nichts interessantes es oh das ist ja ein Skiller Junge der Typ ganz gut ganz willst du eigentlich aber eigentlich nicht den Mario ja was haben wir ja ich habe keinen Plan ich habe keinen Plan ja ja hätte ich das gesehen wäre das einfach das sollte der Sinn sein ja ja das ist das ist das ist ja gar 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 du das ist das ist das ist das ist das ist ich wollte eigentlich oben hochkommen aber ging nicht und ich bin tot und das die Oma Domano Mordi Eid to see die ist der Fendi als ein Kind im Kurs aber einer dann sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Super Mario 3D World Hau dir heute gefallen Bis zum nächsten Part Ciao Ciao